Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz des SK Buntik am Sturm Graz hier aus der Merkur Arena. Wir treffen morgen in der 19. Runde der Admiral Bundesliga auf Austria Klagenfurt. Ampfiff erfolgt um 17 Uhr. Aktuell sind rund 10.600 Tickets für das Spiel verkauft. Die Stadionkassen öffnen morgen um 12 Uhr. Bereits ab 10 Uhr gibt's Tickets im Fanshop Liebenau zu erwerben. Ebenfalls bereits im Verkauf sind die Tickets für das LASK-Spiel im Cup-Halbfinale. Black-Member und Junior-Member können seit heute Tickets erwerben. Der freie Verkauf startet nächsten Freitag. Jetzt war volle Konzentration auf das morgige Spiel. Darf unseren Cheftrainer Christian Ilzer bei mir begrüßen. Chris, wir sind im Frühjahr noch unbesiegt. Was muss deine Mannschaft morgen zeigen, damit das so bleibt? Du hast das ja gesagt. Volle Konzentration. Ich denke, wichtig, dass wir einfach den Fokus richtig einstellen und uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Da warten wir mal wieder an einen Gegner, der sehr gut vorbereitet ist auf uns, der sich einiges überlegen wird, wie er da auftritt. Von dem her erwarten wir ein schweres Spiel. Ich denke, wir können natürlich alle Ergebnisse lesen, aber auf das sollten wir uns nicht konzentrieren. Wir haben eine Mannschaft, die in der Vergangenheit des Öfteren gezeigt hat, welche Qualitäten sie haben, dass sie mehrere Waffen haben in ihrer Mannschaft und mit dem rechnen, dass sie einfach wieder auf grundlegende einfache Dinge fokussieren. Sie sind auch ein erfahrener Trainer beim morgigen Gegner. Wir werden uns auf ein schwieriges Spiel einstellen und der Fokus muss komplett auf diesen Dingen liegen, die wir einfach beeinflussen können. Eure Fragen bitte. Was ihr nicht ganz beeinflussen könnt, sind die Verletzten. Wie schaut es da aus mit euren Muskelverletzungen? Kommt da jemand zurück schon oder müssen die noch weiterhin pausieren? Oder gibt es sogar neue verletzte Spieler? Neue gibt es nicht, aber es kommt da keiner zurück. Die Situation ist die gleiche wie letzte Woche. Es ist natürlich nach wie vor so, dass wir schon einige Spieler vorgehen müssen, die in der Vergangenheit einfach ein fixer Bestandteil unserer Mannschaft waren. Aber wir versuchen einfach das Beste aus dieser Situation zu machen. Und die Jungs haben das letzte Woche auch sehr gut gelöst und da haben wir jetzt eine gesamte Trainingswoche hinter uns, wo wir uns auch wirklich sehr, sehr gut einstellen haben können auf die morgige Aufgabe. Ich habe in den letzten drei Spielen eine gute Symbiose zwischen schnell, vertikal und sofort umschalten und dazu eine gewisse Ruhe und Reife, trotz der Personalsituation. Sehe ich das richtig, dass in den beiden, in diesen zwei Varianten Stürmen ein guter Schritt weiter ist? Ja, wir haben ganz gute Phasen gehabt. Ergebnistechnisch natürlich waren das keine einfachen Aufgaben. Die ersten zwei das Cup spielen in Salzburg zu Hause gegen Rapid und natürlich auch das Steirer-Duell mit Hartbeck, die sich im Winter sehr gut aufgestellt haben, waren das schwierige Aufgaben. Phasenweise waren wir im Spiel dann auch richtig gut. Es gibt natürlich auch Phasen, die haben mir weniger gefallen. Es ist natürlich so, wenn das Wort Ruhe zu viel vorkommt, ist es nicht das, was mir dann besonders gefällt. oder wo ich dann Luftsprünge mache. Unser Spiel wird schon von Intensität, von Aktivität getragen. Da gefallen mir dann so Phasen, wenn wir dann mit einer Führung in so einen zu ruhigen Verwaltungsmodus gehen. Das gefällt mir nicht, das haben wir auch besprochen. Das war sicher ein Thema in Hartbeck, wo wir dann die zweite Halbzeit sicher zu viel in die Passivität gerückt sind, zu inaktiv geworden sind. Das sind Phasen, die wir dann einfach reduzieren müssen im Spiel und die wir dann nicht so auf diese Art und Weise zulassen dürfen, wie es in Hartbeck war. Aber das haben wir besprochen, haben wir aufgearbeitet mit der Mannschaft. Von dem her gibt es natürlich auch noch, trotz drei guter Ergebnisse, Verbesserungspotenzial. Du hast den Gegner ja schon sehr gut dargestellt, die haben mir heute die Statistik angeschaut. Das 0 zu 3 in der letzten Runde gegen BRC, es gibt keinen Parameter, wo Klagenfurt nicht weit vorne war. Also ob 64 Prozent Ballbesitz, ob Ballstärke, Passqualität 83 Prozent, Ecken, Flanken, Foul. Sie waren überall weit vorne und 0 zu 3, das zeigt eigentlich schon ein bisschen aus, wie das Soft so gehen kann, oder? Ja, so waren es doch natürlich in jedem. Im entscheidendsten Parameter waren es dann Donut fahren. Das weiß natürlich mein Trainerkollege Peter Bakul sehr, sehr genau und hat genügend Erfahrung. Er wird die richtigen Worte finden, er wird die richtigen Lösungsansätze. Ich gehe einmal davon aus, dass wir das Spiel auch wieder stark vereinfachen werden und extrem leidenschaftlich, kampfkräftig mit der einen oder anderen Veränderung dann morgen da auftreten. Das können wir eh nur antizipieren. Wir können versuchen, uns auch bestmöglich einzustellen auf das, was uns erwartet. Wir erwarten ein schwieriges Spiel, aber das Allerentscheidend ist, dass wir auf das fokussieren, was wir beeinflussen können. Und das ist unser Spiel und dahingehend muss auch unsere Energie in der Vorbereitung gehen. Dahingehend müssen wir uns dann auch bestmöglich dann morgen zeigen und da auch bestmöglich unsere Arbeit, unseren Job dann am Platz verrichten. Ja, bitte. Chris, was hättest du denn gerne für einen Punkteabstand zu Salzburg am Ende des Grunddurchgangs vor der Teilung? Du kennst mir jetzt auch schon eine Zeit, deshalb kannst du wahrscheinlich, so wie ich versuche, Klagenfurt zu antizipieren, wirst du antizipieren können und was ich da darauf sage, dass ich mich nicht verirre im Tabellenlesen und im Tabellenantizipieren, sondern auf das fokussiere, was ich beeinflussen kann und das ist natürlich auch meine Mannschaft top, auf die nächste vor uns liegende Aufgabe einzustellen und das ist Österreich-Lagenfurt. Und wenn wir Woche für Woche unsere Aufgaben auf einen sehr, sehr guten Level erledigen, wenn wir es schaffen, unser Potenzial bestmöglich zu nützen, dann werden wir, was uns betrifft, einen sehr guten Punkteschnitt haben. Aber wir werden es nicht beeinflussen können, was Salzburg macht. Worauf muss man besonders aufpassen, weil ja das Spiel der Kärntner sich doch ein bisschen verändert hat, zumindest der Versuch auch im Ballbesitz aktiver zu sein, das war ja in der ersten Saison, in der Aufstiegssaison eigentlich nicht das Hauptthema. Ist das für euch auch ein Ansatz oder ist das eigentlich überhaupt kein Thema, weil generell eher man von deinen eigenen Stärken so überzeugt ist? Ja, ich habe gesagt, der Fokus muss natürlich auf das eigene Spiel sein, aber es wird natürlich auch eine Phase geben, wo Klagenfurt den Ball hat, wie die Phasen dann verteilt sind. Das obliegt dann auch immer einen Spielverlauf, eine Dominanz, den hat dann auch die Spieler am Platz ausüben können. Aber es wird definitiv Phasen geben, wo Österreich-Lagenfurt am Ball ist. Also sie haben einfach auch eine sehr, sehr gute fußballerische Qualität in ihren Reihen. Ich denke, wenn ihr jetzt 65, 70 Prozent gegen WRC am Ball, ob das jetzt strategisch war oder ob das dem Spielverlauf dann geschuldet wäre, das bleibt dann eh dahingestellt. Aber sie haben ihre Qualitäten im Ballbesitz. Ich denke, sie werden ein paar Sachen verändern. Davon gehe ich einmal fest aus. Wir werden konfrontiert sein mit einem kompakten Block, sehr enge Räume, zweikampfstarke Spieler. Das wird sicher auch ein Hauptpunkt sein, dass wir Lösungen finden müssen. Zum anderen wird es natürlich auch so sein, dass wir auch gegen den Ball eine Schärfe an Biss und Aggressivität haben müssen. Wenn du im Ballbesitzspiel mehr Qualität hast, aber dann, wenn du den Ball nicht hast, dann diese Aggressivität und diesen Biss dann nicht an den Platz bringst, dann passt auch irgendeine Seite nicht. Dann wird natürlich auch Klagenfurt auf ihrer Seite Lösungen finden. Dann werden von der Ballseite wegkommen, Verlagerungen schaffen, die es wahrscheinlich anstreben werden. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Eine Frage noch zu Personalie Demacu, der ja verliehen worden ist von Sturm und Klagenfurt, der bisher drei Kurzeinsätze gehabt hat. Ich weiß schon, kein Trainer lässt sich vorschreiben. Nämlich ein Trainer, welcher Spieler eingesetzt werden muss. Aber was erwartest du dir davon? War das für ihn, glaubst du, auch der richtige Klub? Parallel dazu die Frage, Kronberger Ried ist ja nicht unähnlich, die Situation. Ja, das gilt einfach für unsere Leihspieler, sich da einfach durchzusetzen in der österreichischen Bundesliga. Auch wenn jetzt von der Papierform her ein kleinerer Verein ist. Ich brauche ja nur schauen, wenn ich mir letzte Woche das Hartberger Mittelfeld anschaue, wo der Domi Brock nicht einmal im Kader ist, wo es an Sangaré und an die AKT von der Bank gibt. Also das ist jetzt nicht so, dass man da einfach hinkommt und spielt. Da muss man sich auch durchsetzen, da muss man dranbleiben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Reifungsprozess auch für unsere Spieler, vor allem auch für junge Spieler, die sehen, hoppala, ich muss jetzt auch außerhalb, ich kann jetzt auch sagen, okay, ich habe die Qualität, die ich mitbringe, aber ich muss jetzt auch mental schaffen, einfach dran zu bleiben, dazustehen, einfach gegen gute Konkurrenz durchzusetzen. Und jetzt auch, wenn ich nach Klagenfurt schaue, mit Zvetka, Irving, da sind natürlich auf den Achterpositionen auch eine absolute Qualität da. Aber für den Weser ist es natürlich jetzt die Challenge, dass er sich gegen diese Spieler dann auch durchsetzt über das Frühjahr. Gibt es noch weitere Fragen? Schönen Nachmittag und bis morgen.